Ja gut, ich kenne Domi, seit er 14 ist. Das bedeutet sehr gut. Ich glaube, er hat eine hervorragende Saison bis Ende, Mitte November gespielt. Er war in jedem Spiel im Einsatz. Er hat sich natürlich auch das Vertrauen erarbeitet. Vorhin schon mal gesagt, in einem Interview gegen die Bayern hat er vergessen, auf On zu drücken. Nach der Pause hat er dann relativ schnell gemerkt, oh, Bundesliga, Tempo, Aggressivität. Ich muss mich vororientieren, also erste Halbzeit war nicht gut gegen die Bayern. Seine erste Halbzeit, seitdem ich hier bin, hat aber in der zweiten Halbzeit sich schon gesteigert, war in Schalke wieder besser und heute, das hat man spüren können. Und so ist Domi halt, der lässt sich nicht verunsichern, sondern der will dann ganz im Gegenteil eher zeigen, passt auf, das war nicht ich, jetzt kommt der richtige Schobuschlei. Also einfach ein Typ, der unglaublich ambitioniert ist, der gewinnen will, ein guter Fußballer und heute das umgesetzt hat, was er sich vorgenommen hat. Schusstechnik, außergewöhnlich, das ist seine Entfernung. Ich gehe mit Bruno konform. Ich hätte das Foul auch nicht gefiffen. Es ist wirklich ein guter Zweikampf von Endo. Trotzdem muss ich aber auch sagen, der Ball liegt 35 Meter weg vom Tor. Ich stelle eine Mauer und das Tor ist 7,15 Meter und es steht einer drin, der Handschuhe hat. Das Tor kann man immer noch verhindern. Es ist jetzt nicht so, dass einer alleine aufs Tor gelaufen ist. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich über die zwei Tore. Und Schobo muss so weitermachen, das ist klar. Das werde ich ihm aber auch noch persönlich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.